So, wir wollen es jetzt nochmal genauer wissen. Larissa, welche Beschimpfungen waren denn da so zu lesen im Netz über das Neujahrsbaby? Ja, also wirklich unterste Schublade. Angefangen von, das ist eine Frau mit Kopftuch in einem österreichischen Krankenhaus. Das sind Dinge, die man eigentlich gar nicht wiedergeben will. Und man versteht auch nicht, wieso ein Baby, das gerade einmal eine Dreiviertelstunde auf der Welt ist, auf einmal so einem Hass ausgesetzt wird. Also das ist schon sehr schlimm gewesen, das heute zu lesen, ja. Hat die Mutter davon selbst irgendwas mitbekommen oder ist sie da abgeschirmt worden? Ja, also wir haben sie heute erreicht und sie hat gesagt, ja, sie hat das mitbekommen. Aber sie hat für mich überraschend sehr souverän reagiert. Sie hat gesagt, ja, was soll man machen? Solche Leute gibt es halt überall. Und mit denen will sie sich auch gar nicht befassen. Sie hat jetzt ihre Tochter, das ist für sie das Wichtigste. Und ja, also diese Leute sind ihr eigentlich auch völlig egal. Sie ist jetzt auch deswegen nicht traurig oder so. Sie akzeptiert einfach, dass es Menschen gibt, die sehr niveaulos sein können. Und ja, also sie hat das gut aufgenommen, Gott sei Dank. Auch der Vater selbst oder ist der eher wütend? Mit dem Vater haben wir nicht gesprochen, eigentlich nur mit der Mutter. Und sie hat auch gesagt, ich habe sie gefragt, was würden Sie diesen Leuten denn gerne ausrichten? Würden Sie ihnen gerne überhaupt irgendwas ausrichten? Sie hat gesagt, nein, wozu, was soll ich mit Worten schon ausrichten können? Sie hat gesagt, richten Sie lieber den Leuten, die uns eben gratuliert haben, schöne Grüße aus. Und richten Sie ihnen aus, dass wir uns sehr gefreut haben über die positiven Kommentare. Ist ja auch besser eigentlich das Positive zu sehen. Aber gibt es da jetzt vielleicht irgendwelche Konsequenzen für diese, die da die Hasspostings gemacht haben? Also das muss natürlich überprüft werden, wenn da jetzt Postings dabei sind, die schon in Richtung Hetze gehen, die da jetzt, ich weiß nicht, irgendwelche Gesetzesverstöße, wo da jetzt der Verdacht besteht, dass da Gesetzesverstöße sind, da muss man dem natürlich nachgehen. Und da wird natürlich auch bei der Polizeieinzeige erstattet werden. Dankeschön, Larissa. Und damit gehen wir wieder zurück ins Studio. Dankeschön.